Ey yo Leute, was geht? Ja, bevor sich jetzt einige wundern, warum ich jetzt gerade eine Maske aufhabe, während ich aufnehme. Ganz einfach, ihr wisst ja, ich war in der Stadt. Ich glaube, ich mache Storytime beim nächsten Streamen. Kurzfassung ist, Leute, die Leute in der Stadt sind verdammte Spastis, muss ich echt sagen. Keine Ahnung, da war ein altes Pärchen, die sich bei Jüngern beschwert haben. Ey, könnt ihr eine Maske aufsetzen, sowas Corona, bla. Die Jüngeren haben die Älteren angekackt. Darüber habe ich mich auch auf Twitter beschwert. Und einfach nur, um euch gegenüber ein gutes Vorbild zu sein. Ich habe meine Maske gerade falsch rum, by the way. Leute, Masken aufsetzen. So, auch wenn ihr denkt, Leute, guck mal, passt auf, es gibt zwei Optionen. Ja, ich will auch das Thema gerade gar nicht großartig anlabern. Es gibt welche, die sagen, Silvie, Maske bringt nichts. Es gibt welche, die sagen, ja, nee, also Professor hat gesagt, Maske bringt nichts. Der eine Professor hat gesagt, Maske bringt was. Leute, entweder habt ihr ein Stück Tuch in eurer Fresse, wenn ihr mal irgendwo einkaufen geht oder wenn ihr wie im Bus fahrt oder sowas. Ey, ist das Staristop, oder? Ey, yo, bitte, dass das Staristop... Oh, 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 oh. Ah, Moment. Das, 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 das. Ich hoffe, es ist da, ist top. Oder aber, sie bringt euch wirklich etwas. So, ganz einfach. Ja, ich check nicht, warum es da deswegen immer so krass Welle geben muss. Macht mal nicht ein auf teuer, Digga. Me Madre es una puta. Ei. Kiriko. What the fuck? Auf jeden Fall, ja. Wir sind auf dem PBE. Es gibt Kale Changes. Kale wurde ziemlich, 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 ziemlich dick gebuft. Also einerseits haben wir ein Powershift. Die E kostet kein Mana mehr. Ja, die ist komplett free. Die Q-Mana-Kosten wurden um, ich glaube, 20 erhöht. Und die W-Mana-Kosten wurden ebenfalls erhöht. Nicht nur hat ihre E keine Mana-Kosten mehr, sondern dazu kommt jetzt auch nochmal, dass ihre E, der Coulomb, geht runter. Bei der alten Kale ist es so, vielleicht 8 Sekunden Coulomb. Und jetzt, wenn ihr die E magst, geht der Q-Mana von 8 auf 6 Sekunden runter. Was im Late Game nochmal ebenfalls ein sehr dicker Buff ist. Denn es bedeutet einfach, ey, ihr habt eure E öfter zur Verfügung. Und die E wurde nochmal gebuft. Und zwar, dass die E-Cast-Zeit irgendwie nicht... Oder was? Die Travel-Time ist nicht irgendwie 2.500 oder 2.000, sondern jetzt auf 5.000. Fuck. Guck, ich hab meine Ruhm gemacht, als würde ich gegen Dinge spielen. Na toll. Dafür gibt die Q aber auch kein Refund mehr, wenn man, ähm... Wenn man, äh... Damit ein Champion trifft. Das heißt, im Großen und Ganzen, Leute, Cades Laning Phase wurde um ein... LOL! Habt ihr gesehen, wie schnell das war? Im Großen und Ganzen heißt es, yo, Cades Laning Phase ist um einiges smoother gemacht worden. Und ihr Late Game wurde auch nochmal verbessert. Alter, ist das schnell! Huuuuh! Ich hab legit null Magie-Resi, Leute. Also, dafür scheppern. Ähm, wiederum auch... Äh, wurden ihre defensiven Möglichkeiten verschlechtert. Denn wenn ich jetzt gezwungen bin, mit der Dingels mitzufarmen... Wenn ich gezwungen bin, mit der Kuh mitzufarmen, kostet mich das overall mehr Mana. Äh, wenn ich meine Weh nutze, um durchzusustainen, kostet mir das ebenfalls mehr Mana. Ich hätte vielleicht... Also, hätte ich gewusst, dass es ziehen muss, hätte ich auch Mana-Flow-Band mitgenommen. Ähm, so dass ich einfach in der Lage bin, meine Dingels öfters einzusetzen. Aber das ist... Dass die eh so schnell fliegt, ist schon sehr interessant. Ähm, es ändert auch ein bisschen was am Item-Bild. Ich gehe nicht davon aus, dass Cades Spieler sich großartig Gumblade kaufen werden. Vielleicht in... in... in einigen spezifischen Match-Ups von mir aus. Ähm, generell denke ich es aber eher nicht. Sondern eher so, dass sie, ey, Muramana into Nashos Tooth, into vielleicht Rage-Blade... Äh, könnte dann da vielleicht auch wieder ein Meta-Bild werden. Aber wir sind hier soweit recht fein mit dabei. Es ist also... Man bemerkt den Unterschied sehr. Muss ich echt sagen. Man bemerkt den Unterschied auf der E sehr. Nicht nur, weil sie schneller fliegt. Und sie quasi ein Instant-Cast ist. Sondern auch dadurch, dass es mich kein Mana... Oder was ist kein Mana mehr? Vergleichsweise weniger Mana kostet. Ähm, und auch an sich keinen... So hohen Coulomb mehr hat. Ah, der hat mich eh geblendet. Dead 2, Dead 2, Dead 2. Ich habe leider Amo dabei. Ähm, was... Das Match-Up noch mal ein bisschen behinderter macht. Weil eben jetzt deswegen einfach mehr Damage reinknallt. Also hier sieht auch noch mal meine Runen. Ähm, es sind... Ich würde jetzt mal sagen 08,15 Hyper-Scaling-Runen. Wenn man vorhat mit Muramana zu spielen. Wie gesagt, ich habe Mana-Flow-Band leider nicht mitgenommen. Da habe ich ein bisschen reingeschissen. Äh, und wie gesagt, ich mag es auch eh. Einfach nur, weil ich damit den Coulomb runterbekomme. Was für mich schon mal sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das gibt Kayle auch endlich mal eine vernünftige Nische. Also ich spiele eigentlich sehr gerne Kayle. Ähm. Ups. Aber das Problem ist, warum sollte ich Kayle picken, ja? Selbst... Sie ist nicht... Auf der Scaling-Skala wie ein Kasadin. Wo man sagt, yo, okay, Digga. Du hast dein Level 16 erreicht. Du bist jetzt mega stark. So, warum sie picken? Da kann ich gleich Jax picken. Kann ich gleich Camille picken. So, das einzige Matchup, wo ich sagen würde, yo, Digga, Kayle pick, gib ihm. Ist gegen Gangplank, ja? Vor 6 hat sie es natürlich besser kacke. Ähm. Aber nach 6 hat sie dann eine sehr gute Chance. Und kann ihn dann halt auch wieder zurückbullien. Sonst ist es eher Müll, ja? Okay, mach den Turm momentan eh nicht so viel Damage. Ey, yo. Okay, wir müssen mal gucken. Ich muss einmal in die Base kommen. Ähm. Im Normalfall hätte ich halt auch jetzt TP mit dabei. Aber wie gesagt, äh, mittlerweile wenn ich gegen Darius spiele, nehme ich jetzt einfach auch immer Ghost mit. Und Counter sein Ghost einfach mit, mit meinem. Müssen wir auch mal gucken, dass ich Level 6 einfach erreiche. Aber jetzt soweit auch sein Electric wird noch gar nicht auf mir geplockt. Ne, ihr seht auch hier, ich, ich gehe wirklich kaum um. Weil ich kann meine eh problemlos spammen. Kann darüber dann auch mein, äh, 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 mein Fleetpro. Aber das bin ich ja auch ein Rain Champion. Okay, ich krieg das nicht schnell genug raus. Gegen Autotech mit Q und ich schnell genug raus. Das heißt, ich müsste für eine QE-Kombo auf ihn gehen. Bitte, ich nehme einmal kurz. Okay, nutzt jetzt auch langsam seine Potions. Ich meine, hey, so, wir sind fein, ne? Wir sustainen hier uns noch ein bisschen einen ab. Ich glaube, ich tue mir auch gleich dann auch als erstes Item einfach Merk... Ne, wobei, ich brauche die Tränen als erstes. Ah, schade. Das ist zum Beispiel so ein Matchup, wo ich denke, okay. Hier hätte man Q-Max gehen können. Okay, nice. So. Ne, Q-Max mit dem Gunplay einfach nur, um ihn zu one-shotten. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir das ohne Manaflow-Band leisten sollte. Denn, äh, der Vorteil bei Manaflow-Band ist einfach nur, dass es die, äh, Ding ist ja noch mal fett erhöht. Das Mana halt, was man dann zur Verfügung hat. Ah, warte, ich kann mir... Ich meine... Merks sind cool gegen Timo. Das war's aber auch. Ja, das war's aber auch wirklich. Ähm, von daher machen wir's mal lieber nicht. Wobei ich die Idee davon schon sehr cool finde. So, und dann machen wir das so. Ihr habt aber auch jetzt bis eben hingesehen, die Laning-Face kann sehr entspannt sein. Kale kann jetzt auch mal vernünftig fahren. Was eigentlich auch immer ein einziger größten Probleme war. Ja. Die, die... Dass die Laning-Face so schwer ist, hat es nicht worth it genug gemacht. Äh, warte, ich hab die Cam ist noch gar nicht... Boom, Alter. Jetzt ist sie... Nur mal an, ne, warte. So. Dass ihre Laning-Face so dark ist, hat ihr Late-Game nicht worth it gemacht, was man daraus bekommen hat. Ich hab keinen 3 Hits auf mich bekommen. Das ist es immer, was ich vermeiden muss. Äh, weil dann kann er sein Electric-Tude nicht proppen. Und dann fehlt ihm auch nochmal ganz gut Damage. Hat er schon einmal Electric-Tude auf mir geproppt? Ah, ich sollte aufpassen. Ich hab kein Ding ins... Fällt mir grad auf. Ähm... Keine Ulti ready. Weil er hat auch kein Flash ready. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich auch für W-Max-Second gehen. Was magst er denn überhaupt? Dann hab ich auch nochmal Fleet mitgenommen. Das bisschen Exorcist-Sustain würde ich hier nicht unterschätzen. Äh, die einmalige Nutzung... Also, ihr müsst Fleet nicht in jedem Game gehen. Ich hab's jetzt persönlich nur gegen Darius mitgenommen, dass ich ihn ein bisschen besser kiten kann. Äh, ich kann bedenken, dass PTA auch jetzt nochmal sehr, sehr nice ist. Ich halt die Trades da kurz. Oh, ich wollte ihn gerade selbst killen. Ja, soll er das machen. Muss ich mich hier einfach gar nicht bewegen. Ne, Leute, ich bewege mich da lieber gar nicht. Das hab ich auch den Kank fertig. Eins, dass eine Magieresie fehlt, kann so massiv wehtun auf der Lane. Ähm... Denn ihr dürft eins nicht vergessen, Leute. Magier... Ein Punkt... Ein Punkt Magieresie ist tausendmal wertvoller als ein Punkt Armor. Ja, warum? Mal... Wenn wir jetzt das mal als Vergleich nehmen, ja? Champions kriegen in der Regel 0,3 Magieresie pro Level. Ja, 0,3 bis 0,6. Schon, dass man ein Magieresie bekommt pro Level ist sehr viel, ja? Weil die meisten Champions sind meiner Meinung nach, würde ich mal eher sagen, Squishies, ja? In der Regel gibt es zwei bis drei Armor pro Level. Ähm, auch wenn es um die Armor Itemization geht. Armor Itemization ist immer viel leichter als... Äh, 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 AP Itemization. Da gibt's halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Stuff. Oh, na toll. Ui, nice. Oh, lol. Achso, das ist mit meiner Bootcamp-Teilnehmer, Leute. Das ist hier aber, äh, gerade sehr toxisch. Ja, zusammen mit der Träne ist das Stay noch gerade sehr gut. Und ich, wie gesagt, ich werde ihn immer nur mal kurz unsraden, äh, äh, kurz QE machen und fertig. Also, das klappt auch immer besser. Eben, weil ich jetzt auch immer, immer mehr Mana zur Verfügung habe, um, ähm... Lol. Er dachte, er ist in der Base. Äh, 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 ich meine, ich wollte den Recall sogar so abbrechen. Ich, er hätte ihn vielleicht jetzt nicht umgebracht. Äh, je nachdem, wie er reagiert hätte darauf, dass ich vorsteppe. But hey, like, I take it. Leute, mit der alten Kale hätte ich jetzt dasselbe Setup dabei gehabt, hätte ich die Landingface nicht überlebt. Also, die Mana-Kosten wären unglaublich hoch im Vergleich gewesen. Ähm... Naja, ich gehe jetzt tatsächlich auf Q weiter. Ich spiele die Lane jetzt auch gerade um, um einiges besser. Äh, ich brauche nicht so viel Heal. Natürlich waren da die zwei Gangs auch nochmal sehr hilfreich. Oh, das ist schon gerade sehr green, was ich mache. Nice. Ich habe hier nochmal einen schönen Recall rein. So, und dann holen wir jetzt auch ein Nashes Tooth. Daddy dürft nicht vergessen, im Vergleich zur alten Kale, äh, maxen wir, wir unsere E. PBE, das bedeutet, ähm, dass der On-Hit-Damage natürlich auch höher geht. Also, was heißt, doch, der On-Hit-Damage geht höher. So will ich auch nochmal ein bisschen eher meine ganze Attack-Speed fertig haben. Kommt der Timo? Ey, jetzt sag nicht, die sind AFK gegangen. Jetzt sag nicht, die sind alle AFK gegangen. Ich hasse den PBE, Leute. Ich hasse den stinkenden PBE. Hallo? Die AFK. Ah, ich tun brauche ich gar nicht. Ähm, da gucken wir mal nach. Ach, ne, Leute. Warum sind die denn hier einfach alle so drauf? Schade. Ich konnte ihn auch nicht mehr wehnen. Ey, nehm ich nach oben gehen, sonst hätte ich ihn noch saven können. Äh, yo. Oh, oh. Ich hab das jetzt verkackt. Uh. Okay. Das war ein sehr interessanter Flash. Ey, Leute, ich schwöre es euch. So sieht fast jede PBE-Aufnahme aus. Äh, aus. Hä? Leute, ich vollstand mich drauf. Ich glaub, ihr wisst gar nicht, wie schwer es teilweise ist, Games zu kriegen, wo jemand nicht trollt, wo jemand nicht irgendwann AFK geht. Ähm. Ähm. Ich hab eigentlich nach unten flashen sollen. Das wär smarter gewesen. Aber der hat mir ganz gut wehgetan. So, äh, wie gesagt, zweites Item geben wir jetzt einfach Nashes Tooth. Denn ab jetzt, ne, wie gesagt, unsere E scalt ja so oder so runter, auch mit jedem Punkt, den wir reinstecken. Es geht ja von, von 8 auf 6 Sekunden runter. Jetzt haben wir uns nochmal 1,8 Sekunden zusätzlich gespart, dadurch, dass wir, äh, Dingens haben. Das, äh, Nashes Tooth, ja. Jetzt gibt mir noch quasi 10% Cool-Den-Action, weil ich hab nochmal Transcendence mit dabei. Die könnt ihr euch zum Beispiel über ein, äh, Lich Bane holen. Die könnt ihr euch über ein Hourglass holen. Da geht, oder halt über Blubuff, wenn ihr einen bekommt. Und dann ballern wir halt diesen, äh, äh, Missing Health Damage zweimal durch in einer Rotation, ja. Und es ist ja auch nochmal zusätzlich ein Auto-Tag Reset. Ähm. Warum leuchtet er so blau? Ach so, der Wainskin, ne? Oh, der sieht aber mega gut aus. Der sehe ich zum ersten Mal Endgame. Oh, läuft. Okay, da war ich sehr langsam. Da lag es nicht unbedingt am, 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 am Ping, den wir auf dem PBE haben. Da war ich gerade einfach nur kernbehindert. But that's fine. But that's fine. So, ähm, genau. Es gibt auch die Möglichkeit, ich weiß jetzt aber nicht, ob es so gut ist, ja, zu sagen, yo, ich gehe nicht in, in Sorcery rein. Vielleicht hat man einfach ein schwieriges Matchup oder sowas. Ähm, wo einem dann auch noch ein bisschen CDR fällt. Dann geht man lieber eher in den Tankbomb rein. Oder dass man sich dann jetzt sagt, komm, ich gönne mir Essence Reaver zum Beispiel. Denn dadurch kriegt man auch sehr leicht die 40% voll. Hat nochmal ein bisschen mehr, äh, äh, Mana Rack. Ja, also, was heißt Mana Rack? Mana Rack eben, weil der Essence Reaver einem auch nochmal Mana gibt. Äh, und kann dann die ganze Kacke hier durchhauen. Oh, Mana Rack fällt auf. Wenn ich die ganze Zeit auch nochmal meine Spells aktivieren, sondern einfach nur, damit ich das, äh, Mana Munde schneller stacke. Ich wünsche, Riot würde auch mal anfangen, Leute auf PB zu bannen. Es ist so unmöglich, Sachen zu testen. Soll ich das denn sagen, was mir auffällt, Leute? Ich spiele eigentlich gerne scalende Champions auf Top-Lane. Oh, interessant. Aber, aber nicht so eine dumme Kacke wie Fiora oder Jax. So, so Broken Scheiße will niemand spielen. Leute, Jax ist mein neuer Permoban, by the way. Falls ihr es noch nicht wisst. Ich dachte, ich sag euch das einfach mal. Es gibt viel weniger Leute, die Fiora spielen im Vergleich. Okay, ich weiß. Mhm. nice flash ich meine ist es noch kürzi nice da ist es ist so eine regel erreichen wir hier ab level 13 immer ein sehr 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 schön spike was der 13 weil ich bis dahin mein muramana in der regel fähig habe wir müssen sollte die ist bis dahin fertig haben ich dachte gerade der kenntnis ein gegner Oh, Leute, ich klebe. Tja, also entweder du oder ich. Genau, 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 genau. Ich hab auch mal drüber nachgedacht, ob man sich nicht vielleicht jetzt Trinity Force kaufen kann. Ich weiß nicht, ob es actually bad ist oder nicht. Was ist denn Kills? Base AD. Meine Base AD ist 77. Wer hat denn... 86? Nö, 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 nö. Unsere Base AD, die wir haben, ist schon etwas sehr low. So, nehmen wir den hier mit. So, jetzt haben wir unsere volle CD ja, 3,6 Sekunden Coulan auf der E. Das wären davor auf dem Patch, ich glaube, 5 Sekunden, die wir gehabt hätten mit Max-Coulan-Reduction. Das heißt, wir schauen uns, 1,4 Sekunden... Hört sich jetzt natürlich nicht nach viel an, ne? Sehr viel, die 1,4 Sekunden, so... Ähm... Wir kommen ja aber schon, gerade auch in längeren Fights, die wir mit Kayle in der Regel auch haben wollen, auf schon so 1 bis 2 E's mehr, die wir nutzen können. Ah! Uh! What? Oh! Nice! Get him, boys! Get him! Get him! Okay. Also, wie gesagt, Leute, ne? Ist blöd... Es ist... Es ist einfach, wie es ist. Ihr sitzt teilweise 3 Stunden dran... Jo, go in. Ihr sitzt da teilweise 3 Stunden dran, um ein vernünftiges Game auf dem PBE hinzubekommen. Ja, ähm... Deswegen tut mir leid, dass die letzten Games leider so sind. Ähm... Aber... Trotzdem, zusammenfassend gesagt... Kayles Early Game ist um einiges stabiler geworden. Ja, was sehr viel ausmacht. Ich hab auch jetzt auch immer noch nicht meinen Muramana fertig, weil ich Bender bin und immer noch nicht meine Fähigkeiten spammel. Ähm... Und allein schon, dass die Early Game so viel stabiler geworden ist, macht ihre Transition ins Mid- und Lake Game um einiges besser, was ihre Qualität als Champion auch besser macht. Ähm... Und durch den E-Buff und, glaub ich, 2 Sekunden weniger drauf zu haben, Flat ist massiv, massiv gut. Ähm... Wird ebenfalls ihr DPS und Burst-Potenzial im Lake immer nochmal massiv verstärkt. Ähm... Ich hab meine Maske eingeatmet. Ähm... Wodre sie eigentlich schon ganz okay war. Also, in Lake Game war nicht kacke. Es war aber auch nicht so gut wie im Vergleich mit anderen Champions. Jetzt lässt sich das Ganze nochmal... Ähm... Ein klein wenig in eine etwas bessere Richtung drücken, was auch gerade ihre Match-Ups verbessert. Ich kann auch tatsächlich denken, dass sie gegen solche, ähm... Hardcore-Mini-Champions jetzt auch um einiges besser dran ist, weil sie eben vor 6 besser fahren kann. Weil sie jetzt eh maxen kann und nicht Kuh und Kuh nicht mehr die Wave blöd rauspusht, ja. Ähm... Deswegen ist Kale wahrscheinlich ab so Platin, Dia Plus als Champion nochmal um einiges besser geworden. Aber, Leute, ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Und ich bin noch erst mal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.